So, jetzt habe ich mein Geburtstagsgeschenk ausgepackt von meinen Mitarbeitern. Darin befinden sich einige sehr alte Sorten von Tomaten, Paprika, noch einige Gurken dabei. Ganz toll, mehr als ich mir gewünscht habe. Und dann hier, uiuiuiui, schöne Zigarren. Das ist auch schön verpackt. Dann hatte ich mir das gewünscht, den Drei-Zonen-Garten Vielfalt, Schönheit, Nutzen von Markus Gastel. Und auch von ihm das Ideenbuch Nützlingshotels für Igel, Vögel, Käfer und Co. Das ist noch nicht aufgemacht, Markus. Da bin ich mal gespannt. Und noch eine schöne Karte dazu. Egal, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ach du schön. Trinkt, was auch immer im Glas ist. Das mache ich auch. Dankeschön. Ganz lieben Dank. Ich trinke auf euer Wohl. Liebes Team. gritchen O ich schief es. G cü